Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. In der letzten Folge haben wir die Gebirgswelt abgeschlossen. Und ich habe übrigens für diejenigen, die es noch nicht wissen, in der Offline gespielt und die Batterien gewechselt, weil da währenddessen Gelea ging, also nicht von dann. Und wir haben auch übrigens das Gebirgsschott abgeboren. Und dann haben wir wieder gegen den Söntgen gekämpft. Und jetzt geht es hier weiter. Erstmal Großzeit für uns beide und dann ab ins Abenteuer. Ich habe mich gerade gewohnt, ob du es halt für nichts gesagt hast. Ich bin einfach so ein... Ich bin jetzt das. Wie so ein Hexe. Im Glück hat sie gesagt, wie so ein Hexe. Ich bin jetzt das. Deine Feuerblut. Ich stirb gar nicht. Sonst kriegen wir beide hinterher kein Fliegenkopf. Denn in diesem Neppe gibt es natürlich auch wieder was. Wenn du hier gestorben bist, ist das Leben nicht passiert. Ich hab ja viel überlegt. 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 Du bist gut! Lass uns mal den anderen dreißen. Okay, ich muss die... Ich hoffe, jetzt ist diese Piranha-Planche da. Also ey, das ist wahrscheinlich auch fertig. Nein, wir müssen da rein. Soll ich das jetzt für Paffenminister? Weißt du, wer hier wissen wollen, was wir gespielt haben? Es heißt Skibbo! Mein Fliegenkorb! Mein Fliegenkorb ist das! Warte mal, du kannst dich da mit meiner Hilfe holen. Ja, dann bist du gestorben. Richtig. Richtig, okay. Komm, du lass dich jetzt gegen den Kopf benutzen. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein scheiß Ernst? Ganz toll. Okay, jetzt bin ich das ein bisschen sicher. Ja. So, helfen wir mal wieder? Ja. Das ist ein Fall, okay? Ja, das ist es. Perfekt. Meine, sag ein. Ahoi, danke. Ja. Ich dachte, du bist tot. Hör mich, hör mich zu Wort. Hör mich, hör mich bitte. Danke. WIE! Wie? WIE! 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 Ich bin Power-Up. Nein, ich will Power-Up. Nein, ich will Power-Up. Nein, ich bin Power-Up. Wir wollen beide Power-Up. Warte mal, der WEEK! Nein, ich bin Power-Up. Ja! Damit! Ja! Schade. Da-da-da-de-da-du-da-de Na schön, na schön, na schön, na schön Schnelles Level Äh, weitere Level Dann wollen wir zwei das tausend bisschen krönen Lägt ihr noch Ich weiß, wo du bist. Aber doch nicht. Weißt du es? Gehst du denn nicht? Gehst du den da oben öffnen, okay? Nicht auf die Idee kommen. Ich öffne mal den, 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 den. Das ist gekommen. Aber das war schon mal ganz gut. Dann wollen wir gleich das Nerven mit dem Kettenhündchen starten. Schwesterchen? Ich nenne den Herr Hunter Curvy. Hey Curvy! Ihr könnt noch mal fliegen, guck mal. Ich wollte nicht von Crabby gegräbt werden. Ich von Crabby! Crabby hat mich getötet. Und Leute... Crabby hat mich getötet, oh no! Ich werde hier einen Tick-Tacken. Und da werden wir das bei jeder Kette machen. Da kommt da oben Münzen raus. Ein bester Thor... SORT EINBERSTIME B cabby! SORT EINBERSTIME bitte immer MATLY! SORT EINBERSTIME Stopp! 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 Wir brauchen ihn! Aber geschafft! Willst du die Stuckern oder soll ich? Ich möchte die Stuckern! Aber erst! There we go! Oh, sorry! Entschuldige, ich wollte dich hören! Es tut mir leid, okay? Ich bin aus passiert zu schnell gewesen! Du kannst keine Großart, okay? Du kannst keine Großart mit dir! Entschuldige! War keine Absicht, okay? Please forgive me! Nein? Nein! Oh, oh! Oh, oh! Nein, Mietchen! So! Hier sind Großartige hier! Allee, dein Großartiges ja nicht! Sonst kannst du auch keinen zweiten Fliegkopf haben! Weil ich ihn haben wollte! Oh nein! Jetzt kann ich gar nicht die Mietzen holen! Egal! Hier gibt's noch Feuerblume für dich! Das heißt, es kann Sommer kurz sein! Warte mich! Warte mich! Oh nein! Au! Oh nein! Au! Deswegen! Willst du ihn haben oder kann ich ihn bitte haben? Willst du ihn haben oder kann ich ihn bitte haben? Oh nein! Nee! 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 Kannst du mit mir heute gehen? Ey, da geht der gerade dran, kam der die Mietze! Nee! Nee! Ey, komm hierher! Nee, du kannst es auch bei der Wasserblase! Yeah! Yeah! Oh, guckst du das mal an? Nach tausend Jahren habe ich es endlich mal wieder geschafft. Yes, von hier! Dann wollen wir jetzt mal das Haus abrücken. Hallo? Okay. Okay. Bist du müde? Bisschen. Ich habe 90. Heute war ja der Tag. Ich weiß auch, ob man beim Kartenspielen so müde werden kann. Ich habe heute mehr gemacht, als wir Kartenspielen. Ja, aber trotzdem. Warte mal! Bestimmt, dass es die gleichen wie beim ersten Mal, okay? Gehen wir es mal auf. Das ist nicht das gleiche. Oh je, ich bin ja nicht ein in der Nähe. Schade, mit Apple-Sahnen haben wir immer zwei. Du, 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 du. Wir haben überhin immer etwas gewonnen. Dann holen wir uns gleich mal für die Töne einfliegen. Vorsicht, da gibt es gleich ein paar in der Kanalisation gebattete Fussis oder Kloake. Kann man eigentlich zur Kanalisation auch Kloake sagen? Oder ist das mit Kloake? Was anderes sagen? Und ich bin gestorben. Komm jetzt! Wie soll ich denn nach oben rufen? Ja, vielleicht. Komm jetzt! Du hast es nach oben. Aber ey, ihr könnt es nach oben! Aber egal, ich habe dich nach oben. Komm! Okay, du gehst dich zuerst auf, oder bleib ich? Ich kann mich ums Beschütze, du bist damit... Ich habe die Mützen, du bleibst sicher. Da bin ich berühmt! Wann ich mich? Oh, was ist das? Du gehst dich. Du gehst dich an, du gehst dich an! So? Engst dich an, du gehst dich an! Er du gehst dich an Ich verhste? Ich bin übrigens einfach ein bleibes, aber du gehst dich an. Okay, du gehst dich an. Ja! Schmestchen? Oh, das war knapp! Schmestchen? Schmestchen? Oh, das war knapp! Brauche ich dir dann kurz erzählen? Nicht die Mitzel sammeln! Nee, du sammelst eine Mitzel! Egal! Ich brauche dich nicht! Ich brauche dich nicht! Nee, du sammelt eine Mitzel! Nein, was soll das? Das können wir nicht allein sammeln, aber ist ja auch egal! Okay, Schwesterchen! Seine jetzige Aufgabe lautet, verliere ja nicht den Fadenkorb! Während ich dich da können wolle! Okay? Was soll das? Was? Verfreie mich endlich! Oh no! Oh my god! Wer du stirbst? Uah! Verfreie mich! Verfreie mich! Verfreie mich sofort! Komm schnell! Fuck, we're gonna die! Ja, ich hab die Ziegen erledigt! Komm in deiner Blase zu mir her! Damit du gestürzt! Oh! Komm in deiner Blase her! Dann kriegst du auch keine Platz! Und dann kriegst du auch keine Platz! Ja! Darf ich jetzt die beiden Hunde noch machen? Ja! Okay! Ja! Ja! So! Da 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 da! Geh und rennen! Yeah! Ich weiß nicht, äh... Jen! Hm? Ich hab dich sehr sehr lieb! Ja! Ich hab dich auch lieb! Hey! Kitty! Jetzt holen wir uns das One-Up-Haus! Ja, so teilt auch! Okay, Schwesterchen! Du darfst alle zwei One-Ups haben! Ich möchte gerne drei One-Ups! Wie geht's los? Gelsort halt! Danke! Meine Schwester und ich lieben uns so sehr, als wären wir neinander verliebt! Nein, 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 nein... Ganz und gar nicht! Doch! We salud? Was? Wir haben uns so lieb! Ich habe einen Chip-Ups! Ich hab' einen Chip-Ups! Ich wollte eigentlich drei auch noch mal kriegen, aber egal! Mal gucken, ob du sie triffst! Genau so die weh! Ich will mal gucken, ob ihr die lebt. Okay. Wow! Dann wollen wir gleich mal... So, mein kleiner Katzenfreund. Heute werden wir dir ein Ende zubereiten. Das erste Ende. Das zweite Ende müssen wir dir noch einen Anschluss reservieren. Okay, ich steuere es. Wenn ich weggehe, musst du es steuern. Hol dir die Feuerblumen, damit ich das Ding wieder haben kann. Okay, ich steuere das Ding. Du vereist. Das zweite Ende. Dann, dann, dann. Oh! Feuerblumen können wir noch sehr gut gebrauchen. Ich bin die beiden. Wir brauchen alle acht roten Metzen. Versuch sie zu sammeln, so gut wie du kannst. Ja! Ich bin nüchst! Ich bin ein Sammeln. Und das ist ab 18 Uhr. Ich bin ein passender. Ich bin ein Spergeräuser. Ich bin ein bisschen auf 18 Uhr. Ich bin ein bisschen auf 18 Uhr. Ich bin ein bisschen auf 18 Uhr. Ja, das ist okay. Oh je, ne, 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 ne. Oh, helf mir mal. Oh, ne, 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 ne. Halt mir zum Beispiel. Geh da runter, ich möchte das nicht. Obwohl, steuere mal Gäste nach hinten. Wir müssen da gleich hin. Ne, ich danke. Und Tisa? Ich kümmere mich. Ja, klar. Ich möchte zuerst das Master beziehen. Geh da mal wieder runter. Okay, du kümmerst herzlich um die andere Seite. Ich bin nicht auf der Seite. Lass dich. Oh je, mein Eis. Ich mach das mal. Na? Nein, nein, nein. Jetzt können wir das... Starko nicht holen, weil ich dann sterben werde. Oh je. Denn die beste Taktik ist am besten. Weil man kann das nicht mit vereisen. Ey, mich so... Oh je. 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 Norddeutscher Iowa będzie. Oh je. Oh ja. Oh je. Oh wait, das Czy �witt Oh tak. Oh je. Oh je. Oh je. Oh ja. Oh je. Ich weiß schon was. Äh, können wir weg? Okay, Mike. Okay, ich weiß nicht. Du lässt dich am Anfang, wenn er es losgeht, macht Treff. Dann kümmere ich mich an ihn. Dann streich das nächste. La, la, jassi. Oh, ja. Wow, ich hab das gleich. Ich hab das gleich. Hahahaha Hahahaha Aua Aua Ja, da hände sind Aha Aha Oh, das ist nicht Ich bin da Ich bin da Ich bin da Okay Leute, wir sehen uns gleich wieder Wenn wir den Secret Exit gefunden haben Ja Da sind wir wieder Hahahaha Oh 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 So, jetzt mal den hier weg Oh 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 je Oh 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 Wir müssen gleich da drüben Rein Geh da rein Rein Aber freu mich gleich jetzt mal Das war super, ich habe keine Ahnung was ich tue Aber genau das war auch gut so Okay Oh mein Gott Oh 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 Und ich habe sogar mein Ziel 99 Arzt erreicht Oh 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 Okidoki Liebe Leute Und wie es aussieht Wäre mein Ziel auch somit geschafft Und leider habe ich nicht meine Mütze verloren Aber Ich würde jetzt auch mal an dieser Stelle sagen Das war es mit der neuen Folge Von New Super Mario Bros Wii Ich hoffe es hat euch sehr gefallen Und wir sehen uns Wenn es wieder heißt New Super Mario Bros Wii Also dann Bye Bye Tschüss